Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Nordfrischem Marsch, heute ist Montag, Folge Nummer 1 heute, und auch einen schönen Tag, wir werden jetzt Mais noch sehen, das heißt, hier müssen wir mal einen neuen Kurs berechnen, da er ja auf dem Prinzip der eine Arbeitsplatte hat, den werden wir so noch nicht mehr speichern, rundherum gleich generieren wir mal Feldkurs, mal sehen wie es hinklappt, er hinhaut, halt auf, dass er im Rückgang zu verhandeln hat, mit Schwierigkeiten, einstellen, die Dünger, aber die Dünger, Ich muss kurz eingreifen, weil ich über Charme nicht funktionieren werde. Da fährt er mir ein Graben rein. So, wir machen mal ein Test. Geht ab, ne? Ich hoffe, die auch nochmal passt. Ich denke, ich werde prüfen, ob der Ton passt. Aber es scheint auch nicht ganz gut zu sein. Jetzt überlegen wir noch mal, ob wir das dünnen können. Glaub ich ja nicht. Nein, ist auch nicht gewachsen. Ja. Wegen kann man auch nicht. Kurz nachdenken. Lkw. Lkw. Haben wir was mit dem Lager? Ja, wir kaufen die Gerste. Da haben wir noch eh ein bisschen Geld. Lkw. Ja, das geht nicht. Das alte Problem. Und die Zeit stoppen ist auch ein Problem. Oh ja, wir haben den Timer extra schon aufbindig eingestellt. So. Noch nicht. Ach nee. Gibt's doch gar nicht. Temperatur. Das ist nicht gut. Ein bisschen zu eingebaut. Ein bisschen zu eingebaut. So. Ja. Regiert. Ich bin der Nestle. Dann mache ich mal ganz kurz eine Brechung. Und dann gehts weiter. So weiter gehts. Ich habe den Lenker kurz wieder aktiviert. Sollte noch funktionieren. Oder auch nicht. Aber wurde im Menü angezeigt. Wir werden desto trotz sehen. Bei der Fahnasen mit Cosplay. Sobald wir den wir neu geladen haben. Und dann gehts. Altes Spiel. Neues Glück. Weich. Halten mit der weniger. Und. Auf gehts. Super. Dann bist du ja bald fertig. Wir werden dessen was wir kaufen. Jetzt habe ich kein Tonenspiel. Ich drehe durch. Oder? Doch Tonenspieler. Jedenfalls. Jedenfalls. Vom Traktor. Ich wollte sie fahren. Oder wir steigen immer noch raus. So. Die fahren wir abseits der Piste. Hier in der Ecke ganz gut aufgehoben erstmal. Ups. Jetzt habe ich jetzt Steuerung. Von. Von. Ach. Von Lenker. Okay. Aus. Jetzt werden wir ein bisschen was kaufen. Wir haben ein bisschen was da. Die erste. Das werden wir dann nutzen. Zum. Ja. Verkaufskurs einfahren. Wir haben nämlich einen aktuellen Verkaufspreis am Hafen für 706. Das werden wir auch nutzen. Das haben wir in drinnen. Wenn wir mal einstellen. Das werden wir auch nutzen. Dann fahren wir in drinnen. Dann werden wir mal einstellen. Dann können wir mal einstellen. Dann können wir einstellen. Könnt ihr wir ein bisschen leise sein. da hätten wir die grüne säule das versuchen wir mal den besten weg zu finden nicht ganz so einfach im runde ist das egal alle wege führen hin im lkw hört man die geräule fast gar nicht wir fahren ja mal rechts ab aber ich kann ein bisschen das ist ja leider so wenn ich jetzt außerhalb fahrer dann ist es viel mehr zu hören logischerweise so der linke wird nicht gehen so wie geht ich bin gespannt wie ich jetzt durchgefahren habe oder das mais geld mäßig das geht bis heute war noch kein kommentar da gewesen wegen was wir bauen sollen ob durch verlage silo oder so ein silo zum präventieren aber wie gesagt die woche werde ich noch erst mal bauen und das sonnenblumen und dann wenn soweit ist wenn soweit ist so den herrichten hat der Mais ausgesät so 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 wir haben wir haben wir haben und schon wieder raus geht das zeug jetzt außen ansicht und nicht laut was euch liebe erzählt mal schreibt mal rein in die kommentare in ansicht so wie jetzt oder außen ansicht in meiner hände wieder wo sie außen ansicht fahren besser rangieren zu können und was zu sehen das bloß ist wir fahren rechts rum ich meine wir werden keine 2 gewiss fahren sonst verkaufen unwahrscheinlich aber man kann sich ja angewöhnen allgemein nach möglichkeiten nach möglichkeit die kurse nicht kreuzen zu lassen so wenig wie möglich denn wenn das mal irgendwann die fifa map geben würde dann haben wir auch mehr träge und dann werden wir auch mit zwei lkw fahren können so 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 wir hätten auch nichts abbiegen können wäre besser gewesen weiter naja gut hier ist die brauerei hier werden wir irgendwann mal bier stellen aber bierproduktion gibt es aktuell noch nicht aber wir können hier später die für raps gibt das schon für diesel jetzt haben wir uns verrammt ich glaube der kurs ist im arsch ja genau die piepstbevögel sind auch hier bist zu weit gefahren gut egal einfach mal ein versuch hier ist die bgh das ist die version 1.91 ich sehe keine veränderungen hier wo auch nichts gebaut so auf 5.16 ist irgendeine frauchtenreife ist auch nicht reif auch nicht reif immer noch eine Aussaat bei die alles aber wir zu hause Jetzt machen wir die große Runde, da müssen wir aufpassen, dass wir hier nix einen Weg stellen. So, hier müssen wir außen fahren. So, was gut geht, weiß ich nicht. So, lieber Lampenstadt, das war's für die heutige Gefalle gewesen. Ich hoffe, was hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Oder auch über ein Abo. Ich sage schon mal Danke. Dann hört und sieht man sich zur hoffentlich nächsten Folge. Dann schauen wir in den Winkel. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.